Hallo bei Fine Voices. Ich bin Bettina Storm und ich bin Sprecherin. Es gibt ja wirklich super unterschiedliche Wege, wie man dazu kommt, Hörbücher zu sprechen. Bei mir war das so, dass ich über die Schauspielerei und über das Theater dazu gekommen bin. Ich habe nämlich ursprünglich Schauspiel studiert und danach auch viele Jahre lang am Theater gespielt. Quer durch die deutsche Theaterlandschaft. Aber heute empfinde ich mich überhaupt nicht mehr als Schauspielerin, sondern als Sprecherin. Und so dieses präzise und feine Arbeiten mit der Stimme und mit dem Text, das macht mir einfach super viel Spaß. Ich weiß noch, ich habe dann so in den Anfängen mal ein richtig gutes Bild an die Hand bekommen von jemandem, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und zwar hat er zu mir gesagt, stell dir vor, das Mikrofon ist ein Ohr. Das ist ein Ohr von demjenigen, dem du diese Geschichte erzählst. Und das finde ich ein total wertvolles Bild, wo ich wirklich noch häufig dran denke. Weil im Studio sitzt man ja nun alleine und hat kein direktes Publikum. Und da finde ich das sehr schön, ab und zu dran zu denken, dass es eben nicht darum geht, eine Geschichte vorzulesen oder zu erzählen, sondern, dass man jemandem diese Geschichte erzählt. Und damit sind wir bei den Zuhörenden angekommen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen unterschiedlichen Geschichten hier bei Fine Voices und natürlich den verschiedenen Stimmen. Fine Voices. Große Stimmen lesen.